Grüß dich und willkommen zu einem neuen Video. Den einen oder anderen ist bestimmt schon aufgefallen, dass ich etwas an meinem Kanal geändert habe. Und zwar liegt es daran, dass ich in eine leicht andere Richtung gehen möchte. Und zwar habe ich mir ein neues Projekt ausgedacht und dieses Projekt ist vom Umfang ein bisschen größer. Ich persönlich möchte wissen, wie weit kann ich kommen, wenn ich ein Jahr lang Vollgas gebe? Wie viele Ziele kann ich erreichen? Also von März 2024 bis März 2025 möchte ich wirklich Vollgas geben und gucken, wie weit ich komme. Natürlich im Bereich Finanzen, Gesundheit, Lifestyle und natürlich auch meinen persönlichen Zielen. Aber ich möchte auf jeden Fall betonen, dass auf jeden Fall auch noch Automatenvideos immer noch folgen werden. Also das mit den Automaten werdet ihr auf jeden Fall beibehalten. Ich möchte den Leuten einfach nur zeigen, wie jemand wie ich, also ich fühle mich zur Zeit echt wie ein Wrack, wie weit er das schaffen kann, wenn er wirklich Gas gibt. Ich werde versuchen jeden Tag Updates rauszuhauen, Shorts, Posts, euch auch viel von meinen Fehlern berichten und auch natürlich von Dingen, die bei mir gut funktioniert haben. Ich hoffe, du bist mit an Bord, hast abonniert, das Plus weggemacht und ich würde mal sagen, bald geht's los. Hat mich sehr gefreut, dass du dran geblieben bist und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin aber, ciao.